Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So, wir sind jetzt ein klitzeklein besserer Dieb und haben hier immer noch Gnomis, denn der Homie möchte jetzt mit Gnomis reden. Diesem Gnu ist es eine Hono, ihn begrüßen zu dürfen. Oh, schau Homie, hinter dir! Was? Gib mir mein Gold zurück. Ich dich nur wollte testen. Homie hat aufmerksamen Blick. Hier hast du Gold wieder. Da fehlt noch eine Münze. Wäre Homie etwas kleiner, wäre er ein guter Gnu. Du bist nicht zu unterschätzen. Du bist kein guter Dieb. Akila weiß das. Für einen Gnu, ich bin Kaka in Stählendingi. Ich werde mein geliebtes Münzi nie wiedersehen. Aber du hast gutes Wissen über Taki. Vielleicht kann Homie Akila helfen? Was soll ich machen? Mir wurde mein Münzi gestohlen. Ich weiß auch, welcher Gnu gestohlen hat mein Münzi. Könntest du nicht zu ihm gehen und es ihm abnehmen? Was genau ist dieses Münzi? Ein Glitzerstück. Aber nicht irgendein Glitzerstück. Es ist ein Goldstück. Sehr glänzend. Und das Erste, was es hier auf der Eila der Insel gab. Es bringt Glück und Reichtum. Jipp, jipp. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Akila ist großer Sammler von Dingi. Er hat viele Dingi, die er bereit wäre, Homie zu geben. Wenn er ihm sein Münzi wiederbringt. Homie darf sich dann etwas aussuchen. Ich werde die Münze für dich holen. Tan-Tan, Homie. Dieser Gnu dankt dir. Ich glaube, der Gnu Fidur hat mein Münzi geklaut. Er wohnt in Kava, nicht weit von hier. Geh und guck in Hütten. Ich bin sicher, du wirst ihn finden. Seine Hütte ist die südöstlichste Hütte von unserem Dorf, Homie. Direkt links neben unserem Friedhof. Okay, der Glückszahler. Dann gucken wir uns aber hier noch mal kurz bei dir hier ein bisschen um. Hey, Atto, Atto. Hey, Atto, Atto. Okay. Gefällt ihm jetzt nicht, dass wir jetzt hier plündern? Mal sehen. Gehst du jetzt schlafen, mein Kleiner? Oder stört dich das jetzt überhaupt nicht? Hm. Tschüss, Lover. Ich glaube, es stört ihn auch nicht, dass wir jetzt hier plündi, plündi machen. Hey, Tutaki? Ja, Tutaki. Es scheint ihn nicht zu stören. Wir haben hier noch eine Gabel. Hey, Atto, Atto. Hey, Atto, Atto. Und dann begnübe ich mich doch noch mal mit der Kiste. Wenn er nichts sagt, dann wird auch nichts gemacht. Marki, Fisch und Wasser. Doch, doch. Aber keine Angst, dafür kriegst du dein Münzi. So, als Gegenleistung. So, hier oben waren wir auch noch nicht. Mal sehen, wer hier so zu Hause ist. Hm. Er ist... Ah, Fidor. Und Homie? Tu dango gno? Me gno, kloppa, koppa. Ähm, äh, Lango. Bla, bla, ähm. Aurikulki. Oder so. Homie kaka in Lango von Gno. Gno kaka in Lango von Homie. De fotograne. Nix blabla. Hast du etwas von Akila geklaut? Wa? Du hast eine Münze von Akila gestohlen. Wa? Scheiße. Nö, nö. Fidor nix tief. Nö, Taki. Disgno nix kipi. Du verstehst mich besser, als du zugibst. Jib, jib. Homie Lango kloppa in Koppa. Dann blabla tu Fidor. Was ist 3 plus 3? Wa? Ach, nix. Ah, Homie ist gut. Fidor respektiert guten Dieb. Plötzlich spricht es. Du haben Gno Schwächen geschickt genutzt und dich bereichert. Sehr gut für einen Homie. Du darfst Münzi haben. Okay. Geh, Homie. Dieser Gno hat Sachen zu denken. Ja, gut. Hey, Taki. Dann. Na? Hey, Ato Ato. Ato Ato. Genau. Nee, nee. Ich nehm trotzdem alles mit. Was ich in die Finger kriegen kann. Das ist leider nicht viel. Kann ich hier die Kanonkugeln auch mitnehmen? Nee, schade. So, dann haben wir das Münzi. Golmo braucht Hilfe, Homie. Hast du meine Mützi gesehen, Homie? Deine Mütze? Wie sieht sie denn aus? Ach, nicht so wichtig, Homie. Ich werde sie schon finden. Mützi, okay. Ich habe deine Mützi bei mir. Jipp, jipp. Sehr gut, Homie. Gib sie mir. Hier hast du. Du hast sie nicht mehr bei dir? Homie, du Kackakopper hast dir meine Mützi klauen lassen. Sieht wohl so aus. Erinnert Homie sich an einen Gnu, der ihn vielleicht hat angerempelt? Ein Gnom hatte mich angesprochen. Weißt du noch, wer dich angesprochen? Er hieß Golmo. Ah, ich mir habe das schon gedacht. Golmo ist sehr ehrenhafter Dieb. Sehr guter Gnu. Wir alle stolz auf ihn sind. Geh zu Golmo und hol mir meine Münzi wieder, Homie. Ich dich werde gut belohnen. Okay, finde den Dieb. Gut, dann auf zu Golmo. Da hat er mich einfach angesprochen und beklaut. Jetzt ist aber die Frage, wo ist Golmo? Ein Homie. Ein echter Homie. Meinst du mich? Jipp jipp. Ich noch nie gehandelt habe Dinky mit echtem Homie. Du bist Händler? Jipp jipp. Nanook nur die besten Dingis in seinem Lager. Ich dir verkaufen gegen Glitzerdingis. Tredo, tredo. Okay. Hochlöffel erhalten. Ich meine, was? Kann ich von dir etwas lernen? Jipp jipp. Krämer steigern. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir würde sogar gelingen, einen Kaufmann seinen eigenen Waren zu verkaufen. Händler gewähren dir einen Rabatt von 5% pro Stufe. Ja, könnte man. Habe ich aber nicht mehr genug. Lass uns Tredo machen. Jipp jipp. Äh, Goldo. Okay, nur die besten Dinge. So beste Dinge, so das jetzt aber nicht. Gut. Ja, was gebe ich dir jetzt? Damit ich mal wieder zu Dingi und Goldi komme. Ne, komm, die Knarre kann ich dir geben. Die doppelläufige. Die kann ich dir eigentlich alle geben, weil ich wollte hier nur auf der Armbrust bleiben. Bei dem Kristallschmuck bin ich mir immer noch nicht sicher. Ähm, Schnaps der Magie. Hilft dir magische Gegenstände zu finden? Hm. Ich bin ehrlich gesagt nicht so begeistert davon. Deswegen behalte ich jeweils, falls wir mal irgendwann was brauchen. In der Richtung. Aber jetzt momentan so eher nein. Was da wohl drin ist. Okay. So, die Schatulle können wir ihm geben. Nach dem neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft gefertigt. Okay. Joa, ich weiß halt hier immer noch nicht so, was wirklich Müll ist und was nicht. Aber ich würde erstmal so den Handel akzeptieren. Kann ich von dir etwas lernen? Jipp, jipp. Und dann Krämer. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Homie ist guter Piwi. Gut. Und der nächste Krämer, List 40 und 1000 Gold. Ja, haben wir leider nicht mehr. Gut, dann sind wir jetzt auch ein Krämer geworden. Aber wo ist jetzt... Wir könnten erstmal was anderes machen. Und zwar mal jetzt erstmal alles. Und zwar wollte ich mal gucken, ob ich die eine Schatulle nicht aufkriege. Geschafft. Ah, 20 Gold. Joa, okay. Die Muscheln können wir auch nochmal... Geschafft. Wer sagt's denn? Runenhaut. Okay. Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Na also. Dann nochmal ein paar Perlen öffnen. Ähm... Schade, dass ich das alte Wissen nicht benutzen kann. Vielleicht irgendwie sowas steigern oder so. Ne, geht alles nicht. Expedition. Das sind einfach Bücher. Astralkwarz. Astralkwarz. Okay. Wird sichtbar. Bergkristall. Hm. Keine Ahnung. Seelenstaub haben wir noch. Rohstall. Ansonsten. Das Fernrohr. Ne, das Fernrohr kann ich nicht benutzen. Und wir hatten jetzt hier Runenhaut. Schutzaura. Hört sich eigentlich gar nicht so verkehrt an. Und ich wollte mal hier die Steinfaust mal mit rein machen. Und zur Not auch mal den Höllenhund beschwört. Also ich glaube, bis jetzt überzeugen mich die Runen am meisten. Statt Voodoo. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr hinkriegen. Aber ich muss jetzt mal schauen. Logbuch. Hm. Wo wahrscheinlich einfach... Der Glückszahler. Finde den Dieb. Genau. So. Wird er mir auch angezeigt? Natürlich. Und zwar irgendwo hier vorne. Ach, hier ist er. Guck mal, Homie. Hinter dir. Akila hat schon versucht, mich zu beklauen. Versuch das nicht bei mir. Golmu tut es leid. Hier hast du Münze wieder. Geht doch. Moment mal. Es... Es tut mir leid. Golmu kann nicht beherrschen seine Finger. Hier. Hier, nimm Münze und geh. Golmu sich schämt, dass er wurde erwischt. Gib mir die Münze zurück. Von was für einer Münze spricht, Romy? Die Münze, die du mir geklaut hast, als du mich angequatscht hast. Aber das Münzi glänzen so schön. Jeder hatte das Münzi schon mal. Nur Golmu nicht. Das macht Golmu traurig. Jeder hat die Münze schon mal geklaut? Jipp, jipp. Golmu ist einziger im Dorf, der das Münzi noch nie besessen hat. Jetzt, wo Golmu das Münzi auch mal besessen hat, da darf Homie es auch besitzen. Nicht ehrenvoll, die Münzi nicht zu klauen. Aber weil du ein Homie bist, werde ich dir das Münzi auch so geben, wenn du willst. Pass auf, hinter dir. Was? Oho, Homie hat viel Hono in seinen Knochen. Du wärst ein guter Gnu. Danke. Na, wenn das schon so gang und gäbe ist, die Münze zu klauen, dann müssen wir sie halt auch klauen. Das ist ja außer Frage. Ich habe deine Münze. Iiiiih, Tan-Tan, Homie, ich dir Tan-Tan nicht auf genug. Du machst Aquila zu einem glücklichen Gnu. Gib mir mein Münzi und wähle Belohnung. Ich habe für dich eine Perlenkette ohne Kette, etwas Gold, das besteht aus Stein, oder ein heiliges Dingi. Nimm die Perlenkette ohne Kette. Gib mir das Gold aus Stein. Ich will das heilige Ding. Ich nimm mal das heilige Ding, weil die Perlenkette ohne Kette. Das heißt, er gibt mir eine Perle. Gib mir das Gold aus Stein. Das ist wohl wahrscheinlich gemeint mit Goldklumpfen, also Golderz. Und ich will das heilige Ding. Dingi-Ding. Ich will das heilige Ding. Flee so, Homie. Nimm es als Dank eines glücklichen Gnu. Du hast mir sehr geholfen. Dieser Gnu nun glücklich. Okay, wir haben eine Krone gekriegt. Ja. Ich hoffe nochmal, das war jetzt eine weise Entscheidung. Können wir mit dieser Krone vielleicht irgendwas machen? Krone, Krone, Krone. Ja, ein Gold wird von 150. Na, immerhin. Immerhin. Besser als nichts. So, haben wir hier sonst noch irgendein Gnu... noch nicht Begnut. Okay. Hier hinten ist... Achso, hier ist zu. Die Spitzhacke kann ich mitnehmen. War das hier hinten nicht sogar die Ecke, wo dieser riesige Troll damals... Ja. Sowas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht. Bloß, dass das kein Troll ist hier. Sondern ein... Was war das? Sumpf-Golem? Au. Okay, gucken wir mal, ob wir den zu zweit nicht klein kriegen. So. Immer schön draufkloppen. Heioioioioioioi. Und nochmal. Uhuhu, der war knapp. Deswegen ist gut, dass wir immer noch ein Schwert mit bei haben. Ah, zack. Also, solange es nur einer ist, ist es vollkommen in Ordnung. Aber da hinten ist noch ein zweiter. Eisenerzt und Golemherz erhalten. Okay. Da hinten ist noch einer. Aber hier kann man klettern. Das heißt, wir klettern hier jetzt erstmal. Für Jade. Okay. Na, das passt schon mal. Hier kann man auch raufklettern. Für Golderz. Okay. Aha. Ich erwarte jetzt, dass hier jetzt gleich irgendwo was rausspringt. Ach, nee. Das ist einfach nur hier, um einmal an der Seite durchzukommen. Okay. Also außenrum. Und hier geht es dann zum Strand irgendwie. Und dann können wir hier wohl wahrscheinlich die Strandrunde machen. Ja. Mal gucken. Einfach mal durchlaufen. Warum nicht? Wir müssen ja sowieso noch deutlich geschickter werden. Und den Goblin-König auch noch töten. Das heißt einfach mal ein bisschen aufpassen hier. Da hinten haben wir ja noch einen Felsen-Golem. Und hier liegt einfach so Gold rum. Okay. Hier liegt auch noch mal ein Gold. Wer hat denn da seinen Goldsack platzen lassen? Oh, der hat weh. Im rechten Augenblick ausgewichen. Und jetzt. Au. Und wieder schön ins Kreuz. Jawohl. Okay. Angriff muss doch von den Sumpf-Golems gehen aber eigentlich. So, und nochmal schön ins Kreuz hier. 400, äh, Ruhm geben die hier sogar. Finde ich gar nicht so schlecht. So, wir können jetzt auf jeden Fall wieder was steigern. Mh. Diese hier auf 90 zu ziehen. Oh, oh, oh. Ich glaube aber, wir gehen mal jetzt langsam so ein bisschen auf Fernkampfwaffen. Das wäre, glaube ich, mal ein bisschen angesagter, damit wir halt auch ein bisschen mehr Schaden fahren können, wenn es um, äh, ja, das Übliche geht. Hier ist so ein Teleportstein. Einfach mal so auf der Insel rumliegend. Hier liegt überall Gold. Hier auch nochmal. Okay. Wer hat denn hier sein Gold verloren? Hier ist noch mehr Gold. Meine Güte. Sogar ein Goldklumpen. Ein Kerzenhalter. Hoppala. Ja, mit dir rede ich auch gleich mal. Das war ja eigentlich auch zu selten. Ich rede einfach ruhig viel zu wenig mit den NPCs. Schatulle. Paddel kann ich nicht mitnehmen? Schade. Ja, Moment. Ich will hier noch weiter plündern. Falls hier... Ja, hier ist noch ein Goldmünzchen. Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt können wir nochmal uns unterhalten. Was denkst du über diesen Ort? Die Jungs hier machen es richtig. Die Gnome nehmen den ganzen Quatsch da draußen nicht so ernst. Naja, sie haben ja auch genug eigene Probleme. Mag sein, aber selbst wenn es ihnen besser gehen würde. Glaubst du, dass sich je ein Gnom gefragt hat, welche Macht wohl morgen die Weltherrschaft übernimmt? Nö, das glaube ich nicht. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob hier nicht irgendwie... Aha. Ein Sandteufel. Na, komm, schlag mal zu. Was war's mit dir? Ich bin aber der Meinung, Bones ist es ein bisschen stärker. Kann auch täuschen jetzt, aber ich bin der festen Meinung, dass der Werte Bones ein wenig stärker ist. Das hat jetzt hier Rums gemacht. So, da oben jemand. Hm, gehen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen am Strand lang. Gucken kostet ja nichts. Aha, noch ein Sandteufel und ja, Muscheln nehmen wir alle mit. Und ein schön. Oh, da kommt schon die Krabbe. Okay. Deswegen ist es gut, einen Begleiterbeizuhaben. Ich kann jetzt erstmal in Ruhe auf der Krabbe drauf rumhauen. Während er den Sandteufel macht. So. Und zack. Und tschüss. Naja, ein Kampf war es jetzt nicht. Aber wir müssen ja irgendwie tun, dass unser Inventar sich füllt. Und das füllt sich am besten, wenn wir jetzt die Gegner ausnehmen. Und Muscheln am Strand sammeln. In der Hoffnung da wieder. Wow. Ding, die aus Perlen kriegen. Und gleich den nächsten Schlag. Wunderbar. Passt. Tschüss. Werte Riesenkrabbe. War doch keine so schlechte Idee, hier einmal am Strand rumzulaufen. Hat man auf jeden Fall nochmal ein bisschen was Nützliches gefunden. Alleine sich jetzt für die Muscheln dürfte sich das jetzt eigentlich goldtechnisch wieder gelohnt haben. Aber gleich müsste ja wieder so ein Riesenvieh dastehen. So. Jeder kümmert sich erstmal um einen. Und. Finito. Wunderbar. Na. Das wollte ich jetzt nicht. Muschel. 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 Das Leuchtaugen haben wir auch. Genau. Da vorne war jetzt der Riese. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Na, das hätte auch nichts gebracht. Dann hätte ich ihn erschossen. So. Bist du Leviathan. Okay. Sehr, sehr, sehr fix. Oha. Okay. Der war ja mal richtig fix. Da wusste ich jetzt nicht, soll ich jetzt nun oder soll ich nicht? Hat sich das jetzt aber gelohnt, den ums Eck zu bringen? Ist jetzt die Frage. Weil er stand ja eigentlich nur hier. Aber irgendwie nicht. Können ja jetzt einfach mal hier in die Ecke schwimmen. Damals war ja hier noch mal ein kleines Schatz vergraben. Dann haben wir hier auch noch mal was. Aber nein. Ein leeres Eckchen. Aber warum der Leviathan da? Achso. Das war einfach nur reden. Warum da jetzt ein Leviathan war das? Weiß ich nicht. So, haben wir hier vielleicht auf der kleinen Insel noch was? Wenn wir schon hier auf kleine Inseltour zu schwimmen gehen, können wir ja auch mal die kleinen Insel hier begutachten gehen. Nö. Nix Dingi. Schade. Ich glaube noch Dingi. Das werde ich jetzt das ganze IP über nicht wieder los. Aber ich mag die kleinen Gnome. Gut. Dann würde ich sagen. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.